Sieg über 15 Kilometer Der Schweizer Dario Kolugner hat sich Gold über die 15 Kilometer in der freien Technik gesichert und damit als erster Langläufer überhaupt dreimal in Serie auf der gleichen Strecke bei den Olympischen Spielen gewonnen. Bei dem Wettbewerb distanzierte der 31-Jährige seine Konkurrenz um mehr als 18 Sekunden und holte sich damit seine insgesamt vierte olympische Goldmedaille. Auch 2010 in Vancouver, freie Technik, und 2014 in Sochi, klassische Technik, hatte sich Kolugner über 15 Kilometer durchgesetzt. Silber ging an den Norweger Simon Krüger vor Dennis Spitzer, der als olympischer Athlet aus Russland Bronze gewann. Ohne Chance auf einen Platz unter den besten zehn blieben die deutschen Langläufer. Lukas Bögel lag in den Zwischenzeiten teilweise auf kurz und schaffte am Ende einen ordentlichen 15. Rang. Die weiteren deutschen Starter Andreas Katz und Sebastian Eisenlauer hatten jenseits der Top 20 mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun. Das Langlauf-Team hofft nun bei den beiden Staffeln am Samstag und Sonntag auf eine Überraschungsmedaillier. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite.